So, da sind wir wieder. Und zwar kann man das Ganze ja perfekt zeigen, indem wir mal die Sandbox-Mod anwerfen und mal gucken, was die KI dann veranstaltet. Allerdings wird die KI dummerweise das erste Level den Skript nicht richtig auslösen und einen komplett riesigen Dungeon bauen. Warum das ist, erkläre ich gleich. Ja, ich sehe, das Video wird ein bisschen länger. Aber ich finde, das darf es auch mal werden. So, einmal umschalten, um zu gucken, ob das auch richtig ist und dafür sorgen, dass es richtig aktualisiert wird. Denn hier hat die KI alle Räume frei und eine Million, wie nennt sich das, eine Million Gold. Allerdings ist das Level so geskriptet, dass das Level darauf reagiert, ob man diese Gold-Ader hier abgebaut hat oder nicht. Und das wird die KI nicht tun. Denn die KI baut ja Gold nach und nach ab. Die KI greift erst nach Gold, wenn sie unter so und so viel Gold gerutscht ist, also nicht mehr so und so viel hat. Und da die KI hier ja komplett reich ist, geht die KI hier nicht her und gräbt das Gold ab. Also, das wird nicht passieren. Hier eine 5x5 Schatzkammer. Dann baut sie den ersten komischen Random-Raum in einer relativ komischen Größe. Das hier ist ja jetzt 5x3. 5x3, was baut die KI in 5x3? Also nochmal eine kleine Notiz. Um desto komischer die Level gestaltet sind, um desto komischer baut die KI auch Sachen. Und zwar auch ein Gefängnis. Die KI baut zwar ein Gefängnis, aber wie ich das erwähnt hatte, sie aktiviert es. Und ich werde es hier einfach mal für die KI aktivieren. Außerdem aktiviert die KI niemals Flucht. Und hier sehen wir das utopisch große Versteck wahrscheinlich. Was ich eben sagen wollte, wo ich stehen geblieben war. Die KI, wenn man die KI komischen Gegebenheiten aussetzt. Das heißt, Leveln, die eine komische Mod haben. Also eine komische, also eine merkwürdige Geldanzahl, eine merkwürdige Kreaturen-Capanzahl, eine merkwürdige Raumanzahl. Dann geht die KI her und kann damit nicht richtig umgehen und macht sehr, sehr merkwürdige Sachen. Hier zum Beispiel das Gefängnis noch vor dem Versteck bauen. So, wo war ich ursprünglich stehen geblieben? Genau. Wenn man mit der Bewegungs-KI zusammenspielt, sollte man seinen Tempel so bauen, dass kein Wasser zu sehen ist, damit die KI die Kreaturen auch wirklich in den Tempel schmeißt. Daraufhin wollte ich erwähnen, dass die KI mit manchen Monstern nicht richtig umgehen kann. Beziehungsweise die KI ist nicht dazu in der Lage, einen Hörny richtig zu halten. Des Weiteren ist die KI auch nicht in der Lage, Vampire richtig zu benutzen. Denn Vampire benutzt man ja normalerweise so, dass man sie trainiert wie blöd. So, dass man einen schönen Zehner-Vampir hat, der beinahe unsterblich ist und extrem mächtig. Die KI trainiert Vampire nicht. Die KI geht her und schmeißt Vampire entweder in die Bibliothek oder in den Köderraum oder in die Handwerkskammer. Und erst wenn das nicht geht aus irgendwelchen Gründen, erst dann kommt der Vampir in den Trainingsraum. Beziehungsweise geht die KI so vor, wenn sie einen Vampir hat. Wenn sie mehrere Vampire hat. Oh, die Hühnerfarm fällt ein Stück größer aus. Wenn die KI mehrere Vampire hat, geht die KI her und trainiert dann auch irgendwann Vampir. Ich glaube, es macht sie ab dem vierten Vampir. Aber bis man vier Vampire hat, ja, da würde ich sagen, das dauert ein wenig. So, wir kriegen hier die Fliege. Wir kriegen hier drei Fliegen, die kriegen wir immer. Allerdings geht der Skript erst weiter. Also die ersten Käfer bekommen wir erst, wenn wir halt dieses Vollschütte abgebaut haben. Das ist relativ praktisch für mich, denn ich kann euch super zeigen, wie sich die KI so verhält, wenn man ihr alles gibt. Und eine 9x9 Bibliothek. Wird wahrscheinlich gleich die Fliege reingeschmissen. So, nächster Raum, auch wieder utopisch groß. Könnte die Handwerkskammer sein, denn die KI baut relativ große Handwerkskammern. Was ist das? Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 6x... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6x6. Wenn die KI viel Geld hat, baut sie automatisch etwas größer immer. Ja, die KI hat die Fliegen in die Bibliothek gestopft. Oder Trainingskammer? Nein. Handwerksraum. Die KI baut keine großen Trainingskammern. Das hier wird die Trainingskammer. 4, 1, 2, 3... Ja, 4x5. Ist ungewöhnlich groß für eine KI, aber die KI hatte auch hier mehr Geld und fügt deswegen immer ein bisschen was an. Es kann auch sein, das ist ein Moment, die KI baut, soweit ich das weiß, wenn sie viel Geld hat, auch relativ ausladende Friedhöfe. Nein, Trainingskammer. Doch, Moment, jetzt habe ich mich verreicht, das ist die typische Größe. Die KI baut immer Trainingskammern meistens so, dass man 6 Stöcke hat. Also 6 Strohpuppen, beziehungsweise, wie heißt das eigentlich? So, das ist relativ klein. Das könnte jetzt alles sein. Und hier seht ihr hier diese verlängerten Flure. Denn die KI geht her und verlängert die Flure. Okay, es war eine Baracke. Und zwar meistens mit zwei Feldern. Hier zwei Felder, hier zwei Felder, hier zwei Felder. Und weiß dann manchmal auch gar nicht, wo sie wirklich die Tür reinpacken soll. Weil es kann gut sein, dass die KI hergeht und hier wirklich die Tür reinballert. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis die KI alle Räume gebaut hat. Ich kann ja auch einfach hergehen und die Folge in zwei Hälften schneiden. Ist ja eigentlich auch nicht so ganz so schlimm. Okay, das ist die normale Größe für einen Standardraum. Die KI, wie gesagt, foltert nicht von sich aus. Es gibt in einem Level eine gegnerische KI, die das kann. Unsere KI kann das nie. Selbst wenn man für sie das Gefängnis hier aktiviert, wird die KI nicht von sich aus foltern. So, das wird wahrscheinlich der Friedhof etwas, auch etwas ungewöhnlich groß für eine KI. Ich sollte weniger oft KI sagen und manchmal auch Computerhilfe sagen. Das fühlt sich nämlich komisch an. So, jetzt hat sie den Friedhof gebaut. Jetzt wird die KI einen Köderraum bauen. Köderraum, zu 90% wird das 9x9 Feld. Und die KI ist auch in den Teich hier geraten. Das heißt, die Gegner haben gleich eine Angriffsfläche. Die KI ist nämlich nicht in der Lage zu verstehen, dass man hier draußen rumbauen könnte, um halt die Gegner davon abzuhalten, in einen Dungeon zu geraten. Oh nein, das ist der Tempel. Der Tempel wird immer auch 9x9. Zum Beispiel, wenn ich mit der KI zusammenspiele, würde ich jetzt das machen. Ihr die Mitte wegnehmen, in die Mitte einfach hier einen Horchposten reinbauen. Damit die KI den Tempel nicht wieder zubaut. Jetzt ist die KI nämlich nicht mehr in der Lage, Kreaturen versehen nicht zu opfern. Und die KI wird jetzt Kreaturen auch nicht hier in die Mitte werfen und hier am Horchposten, also am Wachposten stationieren. Sondern die KI wird das trotzdem auf den Tempel werfen und hier wahrscheinlich hier, hier, hier oder hier an den Rand werfen. Und hier ist wie angekündigt der 9x9 Köderraum, der von der KI auch nicht wirklich groß genutzt wird. Denn bis ein Köderraum wirklich gut funktioniert, muss man ihn ja relativ groß bauen und dann mit Vampiren und Zauberern zu pflastern. Die KI wird allerdings immer nur einen 9er Köderraum bauen, also einen 9er Köderraum. Und dann meistens einen Vampir und einen Zauberer reinwerfen oder so. So, jetzt hat die KI alles gebaut, was sie bauen kann. Jetzt wird sie langsam sich fragen, was man denn sonst noch zu erledigen hat. Und wird gleich anfangen, hier quer durch die Gegend zu bauen. Wahrscheinlich wird sie dann anfangen, hier zu bauen, so tack, 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 tack und dann einmal hier ganz rum. Da haben wir allerdings nicht die Zeit für und deswegen aktivieren wir den Skript dadurch, dass wir die Goldader abbauen. Können wir jetzt allerdings auch hier komischerweise von dieser Seite. Ach ja, genau, hatte ich eben gesagt, die KI geht nicht her und verstärkt den Dungeon strategisch. Das heißt, erst, so, Huse ausgeschnitten und ich werde schon langsam heiser. Erst wenn die KI wirklich für die Eams nicht mehr anderes zu tun hat, dann verstärken die Eams ja den Dungeon automatisch. Das macht die KI nicht komplett. Und wir sehen, die KI hat ihre erste dämliche Tür platziert hier an den Eingang. Völlig unsinnig. Und relativ merkwürdig. Übrigens, wie gesagt, diese 10 Fallen, mit denen man hier in der Sandbox-Mord startet, werden, werden der KI nicht benutzt. Das heißt, komm, jetzt ist das Gold abgegraben und jetzt kommen schon langsam neue Monster. Wir haben, alter, 18 Fliegen. Utopisch, die Fliegenarmee. Da freut sich wahrscheinlich gleich eine Spinne. Ja, genau, das Level-Cap ist, beziehungsweise das Monster-Cap ist in der Sandbox-Mord höher. Ich glaube, es liegt bei 50. So, Troll. Ja, dann haben wir wahrscheinlich gleich kein Problem. Mal gucken, was die KI mit dem Troll macht. Denn man kann ja hier auch dem Troll mal so ein bisschen folgen. Oh, der hat den Troll wahrscheinlich schon weggenommen. Was sehr witzig ist, was ich einmal geschafft habe, wenn man eine Kreatur per Cranium Internum, also per Symbiose, selber steuert, kann man wirklich von der KI geschlagen werden. Das heißt, man kann hier als Monster rumlaufen und sozusagen dem Dungeon-Herrn zugucken. Da hat der Gegner natürlich keine Chance gegen. Wie gesagt, die KI hat den Dungeon nicht komplett verstärkt und deswegen konnten die Gegner hier einbrechen. So, was macht er jetzt mit dem Troll? So, was ich sagen wollte, man kann ja hier wirklich Monster spielen mit Cranium Internum, also Symbiose, hier wirklich rumlaufen. Und ich habe es sogar einmal geschafft. Wie gesagt, ich habe das Spiel als Kind stundenlang gespielt. Man kann jetzt hinkriegen, dass man von der KI geschlagen wird. Dann kriegt man auf einmal so einen Klaps und man verliert Leben. Ich habe mir nicht erst gedacht, was passiert hier. Und dann ist mir das eingefallen. Übrigens benutze die KI, wenn sie genug Geld hat, auch den Zauberspruch beschleunigen auf Monster, die gerade trainieren oder Sachen herstellen. Was relativ praktisch ist. Übrigens habe ich als Kind auch einmal geschafft, von der KI wirklich aufgenommen zu werden. Das heißt, die KI hat mich hochgehoben als Monster. Das hat allerdings zu einem Bug geführt. Und zwar so, dass ich mich die ganze Zeit im Kreis gedreht habe. Das heißt, die Sicht hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht und es ist nichts weiter passiert. Das heißt, es ist ein kleiner Bug, also falls das jemand interessiert. So, die KI hat auch einen Samurai. Allerdings ist auch schon... Ne, der Ritter ist noch nicht da. Der kommt gleich. So, die KI hat eine Falle gebaut und sofort wieder verkauft. Denn nur das, was wirklich gebaut wurde, hat diesen Boltrahmen. Und da kann man mit der anderen Maustasse draufklicken. Und dann kann man da hingehen, wo sich wirklich diese Dinger befinden. So, die KI hat hier alles wirklich teilweise in die Handwerkskammer gepackt. Und die KI baut hier wieder komisch in den Gangreihen Trainingskammer. Das tut die KI komischerweise nicht, wenn die Räume richtig abgeschlossen sind. Das heißt, wenn man hier einmal so einen Gap hat und dann wirkt es so einen quadratischen Raum, überall Mauer, macht die KI das nicht. Die KI fängt anders zu machen, wenn Räume sowieso schon komische Löcher haben. Dann werden die so komisch erweitert. Achso, genau. Der Ritter wird erst kommen, wenn die hier tot sind. Ich habe ja für die KI wirklich die Gefangennahme extra eingestellt. Und die werden auch hier jetzt mit der Zeit verhungern. Die KI geht allerdings nicht her und füttert die hier mit Hähnchen. Das macht sie nicht. Sie wird sie nicht foltern. Sie wird damit einfach gar nichts machen. Sondern einfach warten, bis sie hier verhungern. Baut die KI mal eine Falle. Nee, die KI verkauft die Falle, weil sie einfach nicht damit anzufangen weiß. Das hat auch nichts mit der Geldnot zu tun. Ich würde allerdings mal gerne hergehen und die hier foltern. Was die KI in Kämpfen auch macht, wenn die KI genug Geld hat und kämpft, benutzt die KI auch Kampfzaubersprüche. Was heißt Kampfzaubersprüche? Die KI geht einfach her und benutzt die ganze Zeit Blitzschlag für einen richtig großen Betrag. Und wir sehen gerade, wie die Jungfrau sich selber foltert. So, wir können die heilen. Nein. Meistens forscht die KI so langsam, dass man nicht schnell genug heilen hat. Deswegen sterben die jetzt einfach. Aber ich kann den ja mal mit Hühnchen füttern. Die KI ist auch nicht schlau genug, die eigenen Monster, die sich gerade hier... Wenn sie eigene Monster hier regenerieren, weil sie Leben verloren haben, kann man sie ja mit Hühnchen bewerfen, sodass sie sich heilen. Das kann die KI ebenfalls nicht. So, jetzt sind die weg. Der Zauberer ist ärgerlich. Mal gucken, wo er ist. So, der möchte von sich aus beten, oder? Ja, der Zauberer betet von sich aus. Ah, genau, die Geister gehen auch relativ oft in den Köderraum. Ja, das dauert ja nicht lange. So, dem wurde die Prübelin ausgeschmissen. Und wir haben gewonnen, sobald er von dem Ims halt weggetragen wird. Übrigens, was Gefangennahme angeht, die KI baut leider nicht genug Ims. Und das ist hier eine Ausnahme, dass die KI hier mal 13 Ims gebaut hat. Das bedeutet, die KI hat leider oft... So, Satz zu Ende. Die KI ist sehr nachlässig mit dem Abtransport von Gefangenen. Das heißt, wenn man selber spielt, geht man ein Heer, man macht eine Schlacht, kaut den Gegner kaputt, dann liegen überall die ohnmächtigen Gegner rum, dann nimmt man sich all seine Ims und schmeißt sie einfach auf den Boden, damit die schnell die Gefangennahme abtransportieren. Das macht die KI nicht. Die KI ist dazu nicht intelligent genug. Also, das ist einfach nicht einprogrammiert. Das heißt, es ist relativer Zufall, dass wenn ihr hergeht und für die KI wirklich die Gefangennahme anmacht und da eingreift in das Spiel der KI, dann ist es relativ vom Zufall abhängig, ob die Gefangenen auch wirklich abtransportiert werden oder die KI einfach hergeht und gibt den Ims was anderes zu tun. Was die KI auch nicht macht, sie geht nicht richtig mit Juweladern um, denn sie gräbt Juweladern so an wie Goldadern. Das heißt, sie gräbt sie direkt an. Bei einer Juwelader muss man ja hergehen, wenn jetzt zum Beispiel das hier eine Juwelader wäre, müsste man ja hergehen, alles drumherum freischaufeln, damit man wirklich alle Seiten der Juwelader, also der unendlichen Juwelader benutzen kann. Das macht die KI auch nicht. Die KI würde sich einfach gerade darauf zugraben, zack, und nur die Stirnfläche der Juwelader benutzen und den Rest einfach egal sein lassen. Außer, ähm, die KI hat Glück und es ist um die Juwelader. Das ist ja oft der Fall Gold drumherum und die Ims graben das Gold zuerst ab. Und dadurch ist relativ zufällig, ähm, wie viel Gold eine KI aus einer Diamantader beziehungsweise aus einer Juwelader rausholt. Das habt ihr wahrscheinlich schon, das habt ihr wahrscheinlich schon mal bei einer gegnerischen KI beobachten können. Außerdem geht die KI nicht her und deaktiviert die Juwelader wieder. Das heißt, äh, ihr habt das wahrscheinlich bei meinem, äh, Durchgang im 4. Level gesehen, dass wenn man wirklich eine Juwelader hat oder Juweladern hat mit 5 Seiten oder so, dann gehen ja die Ims her und machen nichts anderes. Man kann ja bis zu 20 Ims mit so einer riesen Juwelader beschäftigen. Und deswegen muss man manchmal selber hergehen, wenn man will, dass die Ims noch irgendwas anderes machen, diese Juwelader wieder, äh, wegbauen. Das heißt, den Befehl entfernen, damit die Ims auch mal was anderes machen. Das macht die KI nicht und deswegen kann die KI in sehr seltenen Fällen im 4. Level stecken bleiben, weil einfach die Ims nichts anderes machen, als die Juwelader abgraben und beim Gegner gar nicht die Fliesen konvertieren und den Gegner gar nicht angreifen können, was auch relativ witzig ist. Allerdings sehe ich, dass dieses Video schon extrem zu lang ist. Das muss ich sowieso in zwei Stücke schneiden. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier ein Video gucken und ein anderes Video gucken. Und dann sage ich mal, bis dann. Bis dann. Bis dann.